Herzlich willkommen bei der Firma Torwege. Mein Name ist Nikolas Nimmig. Ich möchte Ihnen heute unsere Radserie STPK vorstellen. STPK steht für Standard Thermoplast, also es ist ein Gummi. Und das Besondere daran ist, es sieht genauso aus wie der Standard Vollgummi mit Kunststoffhelge. Es ist aber geruchslos. Es ist spurlos. Es hat eine höhere Tragfähigkeit als der Standard Gummi. Und das ganz besonders Wichtige ist, dass diese Radserie keine PHK-Schadstoffe beinhaltet. Das ist ja der Giftstoff, der den Weichmacher in dem normalen Gummi beinhaltet, der aber nicht hautverträglich ist. Und deswegen gibt es die Vorgaben, dass das PHK ganz geringe Mengen nur noch haben darf, besonders wenn zum Beispiel Hautkontakte häufiger sind. Wir haben die Standardgrößen von 80 bis 200 Millimeter, jetzt in dieser Radserie STPK. Und wollen damit und werden damit die Standard Gummi, bei uns heißen die SGK, werden wir am Markt ablösen und werden hauptsächlich nur noch diese hochwertigen thermoplastischen Gummireder liefern. Wir haben die im Standard mit grauer Bereifung oder mit schwarzer Bereifung. Es gibt sie mit Rollenlager und auch auf Wunsch mit Kugellager. Wir haben auch die Möglichkeit nach Ralfarben andere Farben herzustellen und auch andere Shore-Härten für eine weichere Lauffläche zu machen. Zum Beispiel gibt es hier Standardblau oder hier, das ist ein Eisengrau, also ein helles Grau. Und im Standard sind die bei 85 Shore, die Räder. Es ist aber auch durchaus möglich, die bis zu 55 Shore, also sehr weich zu machen. Da leidet aber dann die Tragfähigkeit, weil mit weicherer Lauffläche sinkt auch die Tragfähigkeit von den Rädern. Wir haben die Räder natürlich nicht nur lose, sondern wir verkaufen sie auch im Gehäuse. Da gibt es die von 80 bis 200 Millimeter. Es gibt auch noch ein großes Rad mit 250 und sogar ein 400 Millimeter Raddurchmesser. Das Schöne daran ist, das noch mal einmal zu wiederholen, dass die auch tatsächlich spurlos sind, obwohl sie schwarz sind. Also die normalen Standard Vollgummiräder machen ja Spuren auf dem Fußboden. Auf dem schönen Kunststoffboden hat man hinterher lauter schwarze Striche und diese hier sind auf jeden Fall spurlos.